Hitzing.tv hat sich heute mit Merten Mauritz vom Verein Rettet den Hörnlwald und Herrn Stöckler von den Grünen Wien hier im wunderschönen Hörnlwald getroffen, um sie zur aktuellen Lage zu befragen. Ja, nachdem wir jetzt dieses Umweltverträglichkeitsgutachten von der Stadt Wien erhalten haben, also von der MA22, haben sich natürlich schon die Fronten etwas geklärt. Aber insofern, dass wir jetzt bestätigt wurden, das was wir hier oben gefunden haben oder was wir da MA22 mitgeteilt haben, was es hier für geschützte Tierarten und Pflanzenarten gibt, ist in diesem Gutachten bestätigt worden. Der Bescheid geht eigentlich generell auf die, erstens einmal auf die Lage ein. Es steht so drinnen, eigentlich ein Blödsinn, dass man es hier baut, aber man kann es bauen. Also es ist immer so auf dieses Wort aber. Eigentlich wollen wir es nicht, aber dieses Schlupflot lassen Sie sich natürlich offen, weil es natürlich eine Magistratsabteilung der Stadt Wien ist. Verstehe ich auch. Müssen Sie auch machen. Was mich bestärkt ist einfach, dass es kein Gutachten gegen die Initiative ist oder gegen den Naturschutz, sondern ein Gutachten, das darauf hinweist, man kann, sollte aber nicht. Und das ist das Entscheidende, was drinnen steht. Wir haben im Grunde genommen mit diesem Gutachten jetzt ein Instrument in der Hand, jetzt kein starkes Instrument, aber eine Bestätigung für unsere, für unseren, ich sage jetzt Kampf dazu, es soll ja kein Kampf sein, aber für unsere Arbeit. Die bestätigt uns in dieser Hinsicht sehr, dass wir jetzt eigentlich warten auf die nächsten Schritte der Stadt Wien, ob sie dieses Gutachten auch so liest, wie wir es lesen oder wie wir es gelesen haben und wie sie weiter darauf reagieren wird, auf diese Empfehlungen, die die MA22 gemacht hat, hinsichtlich eines Baustellenmanagements, hinsichtlich der Landschaftspflege und so weiter. Aufgrund dieses Gutachtens von der MA22 kann man davon ausgehen, dass das ein sehr teures Baustellenmanagement geben wird, wenn man da oben in so einer ökologisch schwierigen Situation bauen will. Wir Grüne werden auf jeden Fall ein sehr gutes Auge jetzt mal darauf haben, wie dieses Baustellenmanagement ausschaut und ob das entsprechend des Gutachtens ist und wenn wir dann die Auflagen des Baustellenmanagements haben, dann können wir auf politischer Ebene als Grüne Hitzing weiter entscheiden, wie man mit dem Thema umgehen, damit der Fleck bestmöglich erhalten wird. Wäre ich jetzt der Herr Rachbauer von Promente oder wäre ich jetzt der Stadtrat Ludwig, dann würde ich aus rein ökonomischen Gründen davon Abstand nehmen, aufgrund dieses Baustellenmanagements da oben zu bauen, weil das sind Steuergelder, über die sich Promente weitestgehend finanziert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Auswirkungen nimmt auf die Geschäftsgebahung von Promente. Wie geht es jetzt für den Verein weiter, was sind eure nächsten Schritte? Der Verein selber hat eigentlich jetzt relativ viel schon getan, er wird natürlich nicht aufhören, er muss natürlich die nächsten Schritte der Stadt Wien abwarten. Wenn eine Baugenehmigung erfolgen sollte und die ganzen Sachen ins Laufen kommen, das heißt also es ist das Go von der Stadt Wien da, dann werden wir natürlich unsere Geschütze in Stellung bringen, wir werden den Korruptionsstaatsanwaltschaft einschalten, wir werden den Verwaltungsgerichtseinhof einschalten und wir werden über den EU-Gerichtshof die Gutachten und alles, was wir vorbereitet haben, wird dann eingeleitet. Mein großer Appell ist einfach, dass die Leute wirklich in sich kehren, einfach darüber nachdenken, okay, das war doch nicht so eine gute Idee, das ist ein Appell an den Herrn Ludwig, sagen, okay, man kann auch Fehler machen, es wird eben keiner böse sein, jeder Mensch macht Fehler, auch ich habe Fehler gemacht, sagen, ja, war nichts, suchen wir ein neues Projekt für die Promente, das ist ja keine schlechte Institution, die Promente, aber das ist der falsche Platz, ja Ludwig. Und wie kann man euch jetzt am besten unterstützen, dass das hier erhalten bleibt? Ja, einfach daran glauben, dass wir es schaffen, vielleicht noch ein bisschen Geld an die Vereinskasse für unsere Rechtsanwälte spenden und sonst, ja, die Daumen drücken und vielleicht ein Kerzl in der Kirche anzünden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.